So, von der Kirche Barmelaat, der Städte-Schütze-Chor und vielen, vielen Gästen. Sie kommen vom Berg, wie man zur Zeit gesagt hat, das heißt, das ist die Direktor, das ist nördlich. Und da sind wir auf den Schaden, warum man hier ist bezogen, das heißt, sie haben einen wunderbar zu weiten Weg hinter sich und sagen auf der Nacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Es war vorhin irgendwie ein Traum, was die Bucke schon gehalten hat in der Schützgelder von 1579. Wir sind gestartet vom Schützplatz und in der Zürichzeit, wenn wir leider denken, kurz nachher. An der Schütze ist zugekommen, wir begrüßen die Kommandeur an einem Biermann und an der Antidante Erwin Pumper. Stich und Aus, ich stehe im Einsatz des Siemens für das Wester Tanne und Brunce und im Einsatz wird den Korn und Bruncee neben den Korn und Jacken, der sich um aus dem See. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Es riecht nun ein, die 1921 auf die Schlossbrücke, eine Stütze, die Offiziere auseinandersteigt nun aus, der schützend, Generalverhältnachal und erster Vorsteher, der vorher auch mal zu Wasser geritten ist, mittlerweile wieder auf die Kutschschule schiebe. Herzlich willkommen! Kommt der Bürgermeister heute auch? Ja, klar. Weiß gar nicht, wo man weiß. Auf dem Rücken und der Musikblock in der Neustadt ist es üblich, alle das Spielgruppen in eins zusammenzuziehen. Es ist der Schiemannzug auf der Bühne, der Schiemannzug auf der Nähe, die Zelle auf der Anruhe und der Platz, der liegt noch drin, der in Brücken, ein großer Blut, der ist jetzt da. Musik 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 Mein Erster ist der Schicksalverkehr und fühle sich alle rein. Der Eingang folgt der Schicksalverkehr und kennt sich willkommen. Wir begrüßen und die Schicksalverkehr aus Gassen vom Schicksal-Gassen herzlich willkommen. Vorhin begrüßen wir den Schicksal-Block der Neuland einer Schicksalverkehr. Die Schicksalverkehr ist der Schicksalverkehr. Wir suchen die Alpseller Vorstander von 1928. Schauen wir mal auf die Uhr, bleiben wir glücklich. Schnellen nach, spielen würden, werden wir glücklich sein. Aber wir wollen es ja nicht, wenn wir da noch nähen. Guck mal, da siehst du die blaue Schandarte von Schleusen. Ah, wieder Erl? Stella, Vorstand. Jetzt kann man mal aufbrennen. Zanzahl zu hören, genau. Also hier auch, aber ich nur passend. Ach so. Ich hab 18 Jahre drauf. Genau, ich hab 19 Jahre mit der Schicksalverkehr. Ja. Dann kann die Schicksalverkehr. Die Freunde sind ja auch hier. Das ist ja auch einfach. Aber das ist ja auch hier. Und das könnt ihr auch gar nicht spielen auf Hauta. Pass auf. So, heute Morgen wurden die einzelne Vorstadt von 1928 auf die Blumenlage an der Stückchen General Matthias Zuge. Herzlich willkommen Matthias, ich schau auf die Uhr an zwei Minuten. Auch das Unigrunde, große Musiker wird gebildet von Zimmer zu bescheuen, von der Rade, Kaffee, aus Lachenau, die man vor allem zu fern und zu kürzen. Schau auf die Uhr an zwei Minuten. Mit der Beine sind auch die Götter Herzschüsse mit einer kleinen Abordnung ungegrößt, aber die Abordnung der Schriebegruppe Breue. Ihr Vorsitzender Jürgen, herzlich willkommen. Und im Anschluss die Schüsse der Zeitzeile mit ihrem Vorsitzenden Karls Knoop herzlich willkommen. Und wo ist die Mama? Das ist schon die Ausgabe der Alltag. Ja, der kommt jetzt mit der Kutsche raufgefahren, da ist jetzt der Hauptkönig drin. Nee, doch nicht. Es betritt um die Brücke, unser Hauptmeister, König des Schützenkurs von Reusen, Tatstater, Tat, der souveräne Chorführer mit seiner Königin allergenden Volker Köhler, unser Hauptmeister herzlich willkommen und jetzt die Böse. Es wird so gut angekürt von Ihrem Kommandeur Sebastian Reiner und Sebastian Schauer, Sie hat sechs Minuten, wie jeder ist. Sie haben sich heute gesehen und Sie sehen sich jetzt alle in viermal so wie zu hoch und in viermal so als Männer. Herzlich willkommen. Wir begrüßen das Mini-Core und Sie sagen, so mit dem Schöpfwein, wir wünschen Ihnen vorne noch heute. Wir wünschen uns der Schöpfwein Lager und herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Sein Lager ist und es wird so. Der Schöpfwein Lager ist so! Der Schöpfwein Lager ist so. Ich wünsche Ihnen die Schöpfwein Lager und die Schöpfwein Lager. Das war's für heute. Musik Ich bin da und es kann weitergehen im Programm, ich bitte nur durch den Kommandeur, der Schiff von Neuhoi, soweit er zugestanden steht, entsprechende Aufstellung funktionieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017